Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Murder Mystery 2 zusammen mit Sophie. Heute versuchen wir auf jeden Fall ein Mörder zu werden oder Sheriff, das ist auf jeden Fall das heutige Ziel. Wir sind hier auf jeden Fall auf irgendeinem arabischen Server und ich hoffe, dass die Gegner nicht so gut sind. Wir haben jetzt uns auf jeden Fall schon ein paar Runden eingespielt und ja mal schauen wie es wird. Ey, das ist so traurig, wie einfach alle da rüber gehen, nur ich hier drüben stehe. Das ist so traurig, das ist, ach, ich bin unschuldig. Ja, schau. Aber ich will hier auch noch als Held rausgehen. Oh je, ich weiß, wer wer da ist. Wer? Mädchen. Ey, deine Beschreibungen sind so klasse, ich sag's dir. Ja, okay, Mädchen mit blonden Haaren. Prima, besser geht's gar nicht. Ah, ich kann da nicht weggehen, weil der Scheiß Dresor nicht aufkommt. Ey, ist das die hier, die mit kurzen blonden Haaren, die rosa trägt? Nein, die andere. Oh, shit, ich hab grad jemand anderen gesehen. Warte mal, hat die lange Haare oder? Äh, ich hat lange Haare. Das war grad die, die ich gesehen hab. Sie ist jetzt dort bei den ganzen Büros. Ey, du bist auch schon tot. Ja, 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 ich seh's, ich seh's. Oh, ich glaube, ich bin geliefert. Ja, wie bist du denn? Wie kann man den Dresor aufmachen? Von innen nur. Ich bin geliefert. Wenn die jetzt hier um die Ecke kommt, das war's mit mir. Sie hat den Dresor aufgemacht, jetzt will sie da, glaube ich, raus. Ja, sie wirft Messer. Wer hat denn die Pistole? Ähm, die sind in dem Büro, wo man nicht rein kann. Dann gibt es einen Geheimgang. Ich glaube, die ist nicht so gut als Mörder. Äh, die ist hinter dir. Ach, du heilige. Die hat mich nicht gesehen. Die denkt, ich bin weiter. Nee, das ist nicht. 80? 880? Stell weiter. Sie ist jetzt wieder vorbei. Unschuldige haben gewonnen. Ja, komm, du bist hoch. Das machen wir in unserer Freizeit. In einem Game aufeinander, dass wir uns rausglitschen können. Ey, das machen wir in unserer Freizeit. Oh, was bist du? Unschuldige. Und du? Okay. Ja, ich bin kein Mörder auf jeden Fall. Ich bin das Gegenteil vom Mörder. Das ist der Sheriff? Ja. Zeig mir, du waffst. Wo bist du? Bei den ganzen Lieferungen. Ich komm zu dir. Lass hochgehen. Ui. Ah, da bist du. Oh, ich hab jetzt irgendwie Schiss. Ich hab Schiss vor dem Mädchen hier. Wollen wir hier kennen? Und wollen wir hoffen, dass hier der Mörder zufällig vorbeiläuft mit der Waffe? Dieses Mädchen da, versuch da mal hier hochzukommen. Die macht mir an. Was machst du? Ey, du schubst mich da runter, unterschämt halt. Jetzt ist er so der Mörder. Genau, da fahr ich zufällig genau unten rein. Voll ins Messer. Ich will dich bloß mal dran erinnern, dass ich Sheriff bin. Ich könnte dich abschieben. Dann bist du draußen. Und ich auch, aber das ist egal. Der drüben ist er. Schief? Wenn du stirbst, bin ich ja mal. Hab ihn. Hab gewonnen als Sheriff. Bin einfach der Beste. Das wissen wir aber alle. Ja. Unschuldig. Ich auch. Ich hab so Schiss, dass hier irgendjemand Mörder ist. Oh, ich hab einen Mörder. Shit. Ich weiß, wer Mörder ist. Dieses Mädchen mit so kurzen Haaren. Ui. Hier guck ich's. Ne, 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 ne. Ui, ja, da, da. Genau, da ist sie. Soll ich dir zuschauen unter dem Mädchen? Weil dann kann ich dir immer... Ja, ich schau lieber dem Mädchen zu. Dann kann ich dir sagen, wo sie immer ist. Na gut. Aber hoffentlich tut der Sheriff hier noch gewinnen. Nein. Der Sheriff ist einfach jetzt besser eingelaufen. Komm, lass probieren, Dings zu gehen. Oben springen. Waiting for a little. Okay, warte. Ich glaub immer, wenn ich oben war, hat's glaube ich besser funktioniert, oder? Weiß ich. Ja, oh ja, jetzt. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja. Wir sind einfach die Kings. Perfekt. Juhu. Jetzt kannst du sagen, ich fühle mich wie Gott. Ja, ich fühle mich wie Gott. Ich bräuchte so einen Emote, wo sie fliegen könnte. Unschuldig. Ich glaub mir kurz den Hinsatz Emote. Ich find ihn geil. Bist du Mörder? Ähm, ne. Achso. Ja, ich bin unschuldig auch. Ah, hier die Coins. Auch ganz viele Coins. Ja, irgendwann ist dann dein Coins-Sack voll. Ja, ich weiß. Hatte ich schon öfters in der Runde. Das erklärt einiges. Ja, wir wissen alle, dass ich den Größten, äh, das trifft mir vom Thema ab, glaub ich. Oh, du, du, du. Komplett, also komplett dumm war ich. Bin einfach, bist du auch gestorben? Ne. Ja. Als ob. Bin tot. Ah, Mörder hat gewonnen. Was bist du? Unschuldig. Okay. Kommst du mal zu mir? Ja, komm mal hier hoch. Ne, ich geh da nicht durch. Da, 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 da. Bitte. Ne. Ey, ich hör mal, dann weiß ich, dass du Mörder bist. Ich bin kein Mörder. Oh, dann geht was? Ich bin kein Mörder. Was bist du denn? Ich hätte meine Waffe nicht rausholen sollen. Ich glaub, das... Ach, da hast du mich gekillt. Nein, der Mörder, schaust du dich doch an. Das war dieses Mädchen, was um die Ecke kam. Ich hab sogar eine Aufnahme drin. Ach so, okay. Schau mal da drüben. Die einzelnen Maps sind da überall verteilt. Siehst du das? Ne, aber mir werden die nicht angezeigt. Okay. Oh ja. Oh nein, ich bin einfach runtergefallen. Ah, Schwung. Ich stell dir mal vor, ich hätte anstatt Aufnahme Livestream starten gedrückt. Ui. Hop, hop, hop. Es wird klappen. Du bist so schwer. Ja, ich bin einfach zu dick. Man kennt's. Ja, gut. Ich muss mich mal dran erinnern, dass ich kein Trampolin bin. Na ja, also... Nach manchen Aussagen sagt man schon, dass du ein Gegenstand bist. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Hä? Was ist das? Ich bin einfach runtergerutscht. Ich bin so blöd zum Springen. Es wird mir diese Animation angezeigt, dass sie gewonnen hat. Guck, die hier war Mörderin. Okay. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Ich hoffe, ich werde Mörder. Das wäre so cool. Ey, 30 Prozent, dass ich Mörder werde, was bin ich geworden unschuldig? Was bist du? Ähm, warte, muss ich jetzt kurz gucken. Innocent. Okay. Hier ist der Mörder. Da auch vorbei. Ähm. Du weißt gar nicht, was er überhaupt war. Einfach nicht mitgekriegt. Der Mörder war einfach dieses Mädchen da. Die hat einfach den einen gekillt. Der Sheriff hat es gesehen und hat sie dann gekillt. Und Ende. Ich höre, wir haben ein neues Hobby. Ich weiß. Das ist unser Hobby hier. Wir tun verbotene Sachen und Mörder Mystery ausprobieren. Aber guck mal, wenn du oben bist, dann funktioniert das nie. Das heißt... Ja, guck, wenn ich oben drauf bin, dann funktioniert das. Guck. Siehst du das? Weil ich bin leichter als du. Das heißt, dass du dick bist und ich bin dünn. Oha. Nein, du hast einfach nur Muskeln. So kann man es auch betonen. Du hast Sprungmuskeln. Du hast so beide so zum Springen. Boing, boing. So eine Feder. I'm innocent. You are a Mörder. Oh nein, Mörder ist hier. Mörder ist hier. Hinter mir. Ich kann nicht mehr... Ich bin tot. Du bist tot? Nein. Nein. Nicht so viel tot. Hast du einen Sheriff irgendwo gesehen? Ähm. Hier läuft die ganze Zeit jemand herum ohne eine Hose. Uch. Das stimmt. Das sehe ich auch gerade. Das tut für dich. Ich sehe dauernd nur dieses Messer an mir vorbeifliegen. Ich schaue dir zu. Sieg. Yay. Wahrscheinlich hat ein Held gewonnen oder so. Oder der Sheriff. Der Sheriff. Echt? Yes. Ja, Sheriff hat gewonnen. Guck, du hast richtige Sprungmuskeln. Das ist der Wahnsinn. Du hast Muskeln. Das glaubt man kaum. Denkst du, wir können außerhalb der Map... Wenn wir jetzt hier runter gehen. Also hier. Hilf nicht. Ach. Was ist das? Als ob. Weißt du? Du kommst einfach ins Nichts. Stell dir mal vor, man kommt auf einmal zu einem anderen Planeten. Mörder. Entschuldigung. Achso, du bist Mörder. Ja. Ich verbiere mich dann, meine. Hä? Du bist durch den Schraub gegangen? Ah, Mann. Woher willst du wissen, dass ich wirklich Mörder bin? Dann geh mal durch den Strahl, bitte. Okay. Wo ist der? Da vorne. Ui. Wo? Dort im Mittelpunkt. Komm mit. Und geh mal bitte hier durch. Um das als kleiner Check. Sorry. Ich kann ihn aber nicht werfen. Was ist das? Da killt er mich einfach. Shit. Der hat mich gekillt. Er war zu gut. Weißt du, was ich jetzt schon wieder bin? Mörder. Die Zuschauer können einfach in der Zeit einfach ein Abo dalassen, während ich hier alle kill. Mann, kennt's. Ja, aber mich kriegst du hier nicht, ne? Und der Sheriff. Ey, guck mal, das ist... Jetzt endlich. Was? Oh, sorry. Ich hab dich also sehr mitgekillt. Sorry. Das wollte ich nicht. Ich hab die Waffe nicht mehr gehabt. Ich bin auf Tänze gekommen. Ich bin zu blöd für Mörder sein. Ich sag's dir. Ja. Einfach doch so, ja. Einfach so, ja. Hm, stimmt. Mhm. Ich dachte wenigstens, du stehst hinter mir und sagst so, ja, das kann jedem mal passieren. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Vergesst dich zu abonnieren. Schaut gerne bei Sophie vorbei. Sie ist auf jeden Fall verlinkt. Deswegen, Leute, lasst bei Sophie auch ein Abo da. Ja, und dann hätte ich gesagt, Leute, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zum neuen Livestream oder zum neuen Video. Ciao. Haut rein. Euer Actionboy. Und bis wieder mehr da. Danke fürs Gespräch. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.